Wir sollten ihn noch vor dem Unterrichtsbeginn bei Mr. Foot melden. Für Lehrer ist die Petze immer mitschuldig, vergiss es. Die Sache müssen wir selbst lösen. Die ernervend langsam. Nehmt eure Bücher und schlagt das Kapitel über altertümliche Schlachten auf. Ja, diese Stunde ist das, was Manetti braucht. Wenn wir mit ihm fertig sind, ist der Geschichte. Das Wichtigste bei der Kriegsführung ist die Zweckmeldung.